Er ist ein ruhiger Verteidiger. Er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Er findet immer einen Weg, das Spiel schnell zu machen. Er hat immer ein gutes Auge für seinen Mitspieler und spielt immer einen guten ersten Pass, was ja auch wichtig ist für den Verteidiger. Man kann ihm ansehen, dass er relativ abgeklärt ist in seinem Alter. Er ist ja auch erst 18 Jahre alt und ja, so könnte man ihn beschreiben als Verteidiger, ruhiger Verteidiger, der aber auch immer den Drang zum Tor sucht. Und die Sturm- und Drangphase dieses auf diesen Bildern noch etwas jüngeren Leon Gawanke soll nun erst richtig beginnen, denn der ehemalige Spieler der ISBN Juniors wurde in diesem Sommer vom kanadischen NHL-Club Winnipeg Jets gedraftet. Eine sportliche Auszeichnung, die zuvor noch Konstantin Braun und Dominik Bielke aus den Reihen der Eisbären zuteil geworden ist. In diesem Sommer ist der 18-Jährige der einzige Deutsche, der durch seine Leistungen ein Team aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt auf sich aufmerksam machen konnte. Nun besteht für den Verteidiger die Möglichkeit, sich so weit auf das Radar des NHL-Clubs zu spielen, dass dem 18-Jährigen seinem Traum entsprechend Einsätze in der stärksten Eishockey-Liga der Welt vergönnt sein werden. Aktuell bereitet sich Leon in Berlin auf die kommenden Aufgaben vor mit viel Ehrgeiz und Disziplin. Das NHL-Draft bedeutet erstmal, dass die Mannschaft, also die NHL-Mannschaft, die mich jetzt gezogen hat, jetzt zwei Jahre lang die Chance hat oder die Rechte an mir hat, dass ich bei keinem anderen Verein spielen darf oder einen Vertrag unterschreiben darf. Und sie haben jetzt sozusagen zwei Jahre Zeit, mir einen Vertrag zu geben oder ich habe zwei Jahre Zeit, mir einen Vertrag zu erarbeiten. Und wenn sie innerhalb von zwei Jahren mir keinen Vertrag geben, dann bin ich wieder Free Agent, also auf dem freien Markt und dann könnte ich auch bei anderen Vereinen unter Vertrag genommen werden. Also das heißt, sie haben sich jetzt eigentlich so die Rechte an mir gesichert erstmal. Wenn man sich dann diesen Draft, wie du es gemacht hast, im Livestream anguckt und man sein ganzes Leben auf diese Chance hingearbeitet hat, was geht einem dann durch den Kopf? Weil im Endeffekt weißt du ja tatsächlich nicht, welches Team dich zieht, was das für Konsequenzen hast, wo du dann wohnen wirst, all solche Sachen. Was denkt man in so einen Moment? Ja, also während dem Draft habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gehofft, jetzt lass doch endlich meinen Namen da kommen. Und man wurde dann halt immer nervöser, nervöser von Runde zu Runde und von Pick zu Pick. Und ja, als mich dann mein Berater angerufen hat, ja, du wurdest hier gerade gezogen, weil bei uns war es ja ein bisschen Zeit verschoben und nicht so schnell. Ja, das ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, man arbeitet sein Leben darauf hin. Und ich hatte Gänsehaut, ein überragendes Gefühl. Und ja, so richtig realisieren an dem Tag konnte ich es gar nicht, weil ich dann noch meine Sachen holen musste und am nächsten Tag zum Flughafen. Aber es ist schon unbeschreiblich. Also auf jeden Fall, ja. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade selbst in Toronto bei einem Turnier. Und mitbekommen haben wir es tatsächlich bei der Erwärmung. Also es hat uns der Betreuer gerade gesagt während der Erwärmung, dass Leon gerade in der fünften Runde an 136. Stelle von Winnipeg gezogen wurde. Also erstmal hat mich der General Manager von denen angerufen, so fünf Minuten nachdem sie mich gezogen hat, hat mir halt gratuliert. Ja, herzlich willkommen in der Organisation und so weiter. Und dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell und hat mich der, der ist da alles organisiert, bei denen halt mir die Flüge geschickt und alles. Und dann bin ich da eigentlich auch schon zu dem Camp hin und so direkt mit mir über mich, hat eigentlich jetzt noch keiner gesprochen. Aber die haben ja ihre Scouts und ich wurde ja auch von denen beobachtet über die Saison und hatte auch in der Saison, habe ich mich mal mit einem Scout von Winnipeg unterhalten. Und also die wissen schon eigentlich alles über dich. Jetzt generell so Aufgaben haben sie mir jetzt noch nicht aufgetragen. Natürlich ist die Aufgabe der Spieler immer sich zu entwickeln. Also sie haben mir halt meine Defizite aufgezeigt, woran ich im Sommer arbeiten muss. Und das versuche ich jetzt natürlich umzusetzen und mich da so weit gut zu entwickeln. Also richtige Aufgaben hat man da jetzt noch nicht bekommen. Wie real ist der Traum NHL für dich jetzt schon? Also es ist wie gesagt noch, es ist immer noch ein ferner Traum. Also es ist noch der erste Schritt auf vielen ist jetzt geschafft durch den Draft und jetzt muss man halt, muss ich mich halt extrem weiterentwickeln in den nächsten zwei Jahren, dass ich sage ich mal Stück für Stück jedes Jahr näher an das NHL Niveau rankomme. Und wenn mir das gut gelingt, keine Verletzungen da sind und ich halt, wie gesagt, mich gut weiterentwickel, dann wird er immer realer, der Traum. Ja, sehr ausgeglichen, witzig. Also man hat auf jeden Fall viel Spaß mit ihm. Und ja, es ist jetzt keiner, der jetzt sich darauf ausruht oder auf dicke Hose macht, dass er jetzt da gedraftet wird, sondern er ist relativ, also er ist sehr auf dem Boden geblieben. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich wurde immer gut behandelt bei den Eisbären, also ich spiele ja hier seit klein auf. Wurde immer gut gefördert, durfte DNL hochspielen bei Herrn Zische und wurde halt, wie gesagt, gut gefordert. Und ja, also das hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass ich mich jetzt so entwickeln konnte und jetzt die Chance habe, irgendwann dann mal NHL zu spielen. Und dann kam ja der Punkt, wo du für dich entschieden hast, dass du lieber den Schritt über den großen Teich gehen möchtest. Wie schwer war das in dem Moment? Weil es ist ja neben der Tatsache, dass du der Eishockey spielst, ist es, du wohnst in einem Land, wo deine Familie nicht ist, wo du bei einer Gastfamilie wohnst, wo du dich auf ganz viele andere Dinge einstellen musst. Wie schwer oder wie einfach war das, damals diesen Schritt zu gehen? Also mir persönlich ist es relativ schwer gefallen. Ich weiß, andere tun sich da leichter, die sagen, ja, direkt drüber, Kanada ist das Geilste, wo man hin kann. Ist es für mich auch jetzt im Nachhinein, aber am Anfang hatte ich halt noch so meine Bedenken, das erste Mal weg von der Familie, denn kann man nicht einfach mal wieder zurückfahren, wenn man, sag ich mal, Heimweh oder irgendwas hat. Ja, aber am Ende hat sich dann halt eindeutig durchgesetzt. Erstmal haben sie mich eingeladen und mich mit meiner Mutter darüber geflogen, haben mich alles angeguckt, wusste so schon ungefähr, wo ich hinkomme. Das hat eigentlich auch viel geholfen und ja, dann hat sich einfach durchgesetzt, dass es für meinen Traum der beste Weg ist und die beste Jugendliga der Welt kann man sich natürlich gut anbieten und ich denke, das hat sich dann am Ende auch durchgesetzt und es war auch eine gute Entscheidung. Wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du in dieser besten Jugendliga der Welt mithalten kannst und dass du sogar sehr gut mithalten kannst? Ja, also ehrlich gesagt, am Anfang habe ich da auch noch so ein bisschen meine Zweifel gehabt, so man kommt ja als Deutscher in die Liga, wo die besten kanadischen Jugendspieler spielen. Ja, so die ersten drei, vier Spiele hatte man noch so seine Probleme, weil ich bin halt immer besser reingekommen und irgendwann, ja, passt man sich dann auch einfach dem Leistungsstand, sag ich jetzt mal, an und das fällt einem natürlich einfacher und ja, am Ende, ist es dann echt gut gelaufen. Also auf jeden Fall einen guten Schuss, gute Übersicht, kann guten ersten Pass spielen und ja, körperlich ist er auch ganz gut. Ich wünsche halt jedem Glück, der rüber geht nach Nordamerika, ja, dass er sein Glück da versucht, ja, hat er auch super umgesetzt, gut geschafft drüben und ja, auf jeden Fall Glückwunsch, dass er gedraftet worden ist. Mit der Gastfamilie würde ich ganz einfach durch die Gastfreundschaft der kanadischen Bürger beantworten. Die sind einfach alle, egal wo du hinkommst, jeder fragt dich, na wie geht's, alles gut bei dir und so weiter, halt einfach so ein kurzes Gespräch und ja, mit der Sache, mich haben ein paar Leute da früher schon angerufen, nachdem ich gedraftet wurde und haben halt, ja, herzlich willkommen im Team und dadurch kannte ich halt schon ein paar, aber so wirklich gekannt, also es hat, sagen wir mal, ein bis zwei Wochen gedauert und mittlerweile habe ich da echt super Freunde gefunden, die alle total nett sind und die haben mich wirklich gut aufgenommen. Ich hatte echt Glück, dass ich in so eine gute Mannschaft da reingerutscht bin. Als nächstes steht Nationalmannschaft an, skizzier doch mal jetzt die nächsten Wochen für dich. Ja genau, ich fliege jetzt, oder was heißt, ich fliege, ich fahre jetzt am Dienstag runter nach Füssen, dann haben wir da eine Woche einen Lehrgang für die U20 und danach fahren wir in die Slowakei. Das sind dann insgesamt zwei Wochen, dann kommen wir wieder am 30. 31. und am 1. Oktober ist ja hier schon das Trainingscamp der Eisbären. Da darf ich dann auch mitmachen bis zum 13. Oktober, weil ich dann schon wieder rüber nach Kanada fliege, zu meinem alten Verein und da dann auch das Training losgeht. Macht man sich eigentlich bewusst, dass man tatsächlich der einzige Deutsche ist, der in diesen Warft gezogen worden ist? Also ich habe natürlich davon gehört und auch gewusst, aber in den anderen Jahrgängen wurden ja auch deutsche Spieler gezogen. Also es ist natürlich, ja ehrlich gesagt hat es jetzt in meinen Vorstellungen keine Rolle gespielt. Jetzt ist es so, wenn junge Menschen dann irgendwann zu Vorstellungsgesprächen kommen, gehen, dann kommt immer die Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich würde jetzt am liebsten sagen, ja mit einem Fünfjahresvertrag in der NHL spielen. Nee, aber man muss natürlich realistisch denken und ich hoffe, dass ich es schaffe. Und wenn nicht, muss man sehen, wo ich einen Vertrag bekomme, wo ich dann spielen werde. Aber es ist halt wirklich im Eishockey schwer zu sagen, weil du weißt nicht, Verletzungen oder was auch immer dazu kommt. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Gibt es schon Mitspieler, auf die du dich freust? Beziehungsweise gibt es schon Spieler, wo man vielleicht denkt, ach Mensch, wenn ich gegen die mal tatsächlich in der NHL spielen würde, wäre das schon eine coole Sache, weil aktuell kenne ich sie eher aus dem Fernsehen und von der Playstation vielleicht. Ja, genau. Wenn man dann mal gegen einen McDavid spielen sollte, dann hat man natürlich auch was geschafft im Leben. Aber ich würde mich eher freuen auf Eric Carlson, also wenn ich es mal schaffen sollte, weil er ist ja mein absolutes Vorbild. Und gegen den mal spielen zu dürfen, ihn live auf dem Eis zu sehen, das wäre natürlich absolutes Highlight. Aber wie gesagt, das ist noch ein langer Weg und man muss gucken. Abschließend gefragt, ganz kurz nochmal. Es ging ja vorhin auch um Stärken und Schwächen, die zu beschreiben. Tu das doch nochmal. Beziehungsweise es war ja wohl so, dass du auch mal aus der Kabine gegangen bist und dann hat sich jemand mit dir unterhalten und hat dich dann eben auch gefragt Stärken und Schwächen. Was hast du in dem Moment vielleicht geantwortet und was antwortest du jetzt darauf? Ja, genau. Also meine Stärken auf dem Eis würde ich beschreiben, dass ich eigentlich eine relativ gute Spielübersicht habe. Ich kann einen guten ersten Paar spielen und bin halt offensiver Verteiger und kann mich mit in den Angriff schalten. Wiederum hat das zur Folge, dass ich mein Defensivspiel natürlich verbessern muss, da ich eher zur Zeit nur ein bisschen sehr offensiv denke. Und um da drüben bestehen zu können, muss man halt auch defensiv spielen können. Und da gibt es dann so Kleinigkeiten, so 1 gegen 1 Verhalten, vor dem Tor den Gegner halt wegdrücken, dass der Torwart freie Sicht hat. Und dazu muss ich halt deutlich noch stärker werden. Also ich muss jetzt nicht Gewicht aufbauen, sondern noch mehr Muskeln aufbauen. Und ja, das sind eigentlich so meine Ziele, dass ich halt mehr an Kraft umgehe, stärker werde und dadurch dann das sich aufs Eis überträgt. Bescheiden, zielstrebig, willensstark. Aufgrund dieser Charaktereigenschaften wünscht mein Leon Gewanke, dass sein Traum von der NHL in Erfüllung geht. Bis zum nächsten Mal.